Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. In der ersten Geschichte sagt er, dass die Menschen aus der Stadt rüten, in einem River, und in einer Ruhe stehen, wo sie beten können. Sie stehen in einem Stuhl, man streitet sich allein in einer Kur vor, vielleicht jeden Tag auf Arbeit. Aber in einer Stadt, wo wir uns allein mit Gott spüren, wo wir mit Gott spazieren können. Wo wir ihm alle seiten, in der Kreuz ist das Essen an seinem Hut. Wo wir ihm danken für all das Gouden, was hier an uns steht. Eine Stadt, wir brauchen eine Städte, um mit Gott allein zu sein. Die Welt ist so organisiert, dass es immer schwanger ist, dass sie eine Städte finden. Alle wissen, wo wir in die Hand kommen, welche Menschen von uns sind. Oder was die Wege zieht, was von ihr redet. Oder was ihr lest. Oder was immer. Die ganze Zeit sind wir so. Und ich weiß. Und ich weiß. Dass wir vor können, dass wir jeden mit Gott eine Gemeinschaft haben. Das ist eine Städte. Wir haben eine Städte. Wo wir mit Gott reden. Wo wir Zeit haben. Und wenn wir jeden Tag mit Gott reden. Wenn wir jeden Tag mit Gott eine Gemeinschaft haben. dann geht das ganz leicht. Dann wird das so mit einem Freund zu spazieren. Gott will uns Freund sein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du immer Zeit für uns hast, um mit uns zu spazieren. Ich danke dir, dass du uns dort gewesen hast, dass du allein gesternst und mit ihm vor der Rede hast. Und wie wir das auch finden von den Aposteln, dass sie dort je doan haben. Und Herr, wir leben von Tagen eine Zeit. Und halb uns an dieser Zeit, wo es so arg ist, eine Städte finden, wo wir mit dir spazieren können. Dort beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Das wird eine Produktion von Jesus Responde, al mundo de hoy. Töp möchte ich den Namen Jesu gerade schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns und ja info arroba jesusresponde.com